Wir haben schon Song Contest gewonnen. Ich bitte jetzt um einen ganz, ganz großen Applaus für unsere Königin der deutschen Musik. Hier ist Nicole! Musik Bei mir leid ist das Frech der Wege. Was ist die, die uns am besten ist, wenn wir uns am Haus noch nicht in der Lege. Aber jetzt ist die Haare, die uns am Haus so besagt, dass wir uns am Haus verlaufen. Das ist die Stadt, ob es mir das Verschiebe ist, dass wir uns am Haus verlaufen. Das ist die Stadt, Was hat er noch was kalt, was er sich macht Und ich hab dich da, ich bin dankbar Wie ein Tag, wie ein Tag, wie ein Tag Das ist die Tag, du hast die Tag, wie Ich hab dich da, ich bin dankbar Ich hab dich da, ich bin dankbar Wie ein Tag, wie ein Tag, wie ein Tag, wie ein Tag Dann kannst du nicht mal, kannst du nicht mehr schätzen, wie Wann, was du willst, aber passt für mich Dann kannst du nicht loschen, wie ja, und wie Dann bist du nicht, was du willst, dann tue ich, für mich, alles Dann hast du nicht, was du willst, denn es tut da Du bist, wann, was du willst, aber passt für mich Dann mag ich es sogar mit dir Du kannst nur mal an der Wand gehen, dann kannst du dir spielen, dann kannst du dir spielen, dann kannst du dir spielen. Und wie war das für dich früher, da auf dieser Mega-Bühne zu stehen und zu gewinnen? Naja, also ich glaube, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Das wird jeder sagen, der da als Erster von der Bühne geht. Das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Das ist, wenn du ein Leben lang von irgendetwas träumst und dieser Traum geht irgendwann auf eine solche Art und Weise in Erfüllung, dann ist das pures Glück, das ist Stolz, das ist Freude, das ist Euphorie und das ist einfach nur Dankbarkeit, das bis dahin geschafft zu haben. Das glaube ich und vor allen Dingen die Leute, die sind wirklich ganz stolz auf dich jetzt noch. Deine Hits haben nie aufgehört. Ja, du kommst ja immer wieder mit einer neuen Platte raus, eine nach der anderen und schaffst es immer wieder eins aufzusetzen. Und ich danke dir dafür, danke, dass du hier aufgetreten bist. Aber wir können uns freuen, denn später kommt noch eine Zugabe. Ist das super? Ach so, jetzt kommt jetzt noch ein kürzer Abend.